Kurz vor dem Blackout kommt ein Abzeichen Hat es was zu heißen, falls ihr könnt ja das mal teilen Immerhin verbreite ich auch euer Logo Symbolischer Handschlag, ich erlaube mir heute den Fokus HipHop.de, der Titel geht auf deinen Nacken Ein Top-Fan lässt sich eben was einfallen Wie diese Falle, ihr müsst nur den Köder schlucken Kaipirini hat über 30 Lieder, die man hören muss Irgendwas ist nötig, das ist fast gefundenes Fressen Wie reduzierte Schokolade in Supermärkten Es sind zwei, die profitieren, drei mit dem Beatmaker Mein Kanal ist voll, doch ich war nie ein Streber Damals Myspace, heute YouTube und Soundcloud Irgendwann sind diese beiden auch out Ciao, ciao, hieße das für meine Machenschaften Bis auf die Tonträger, die Kingpin und ich haben machen lassen Wäre nicht so cool wie der Nullgrad-Gefrierpunkt Übrigens treiben sich in Erfurt noch mehr MCs rum Auch wenn ich keine Kamera hab Nimmt mich langsam mal wahr Ich mach das länger als Mero und Kapitalbra Versteht mich nicht verkehrt, ich will keinen Beef Aber in Thüringen gibt es Genügen, die keiner sieht Wie schon bei Schwebebalken gesagt Ich gönne jedem seinen Hack Trotzdem geht mir der Tellerrand auf dem Sack